Es war zu gut da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da-da-a-da-da-da Wenn wir bootsvorräte unten Kriegen brauche ich einen Bandit oder wenn man oben server raum kriegen brauche ich am bandit alle angrengt ob es der steff zum ersten mal schafft und dann auf den norden zu schauen und nicht zu sterben ich habe nachgeschaut in dem video es war doch kein headshot aber ich habe den nicht gesehen von wo er mich erschossen hat er mich so auf die views ladung konzentriert dass ich die zerschießt da hat er mich gemacht kann ja mal hochladen aus meiner sicht dann siehst du wie es war ich habe es bei mir glaube ich hier oben ja das habe ich heute gesehen aber siehst doch mein wallhack also wallhack in anführungszeichen haben wir schild oder so irgendwas nein aber eine twitch drohne ja da gibt es ja das schild die kommen von osten die kommen von osten war keiner bisher ich habe am firma angehittet jetzt nichts besonderes ich bin hier mit der drohne wenn er reinkommt dann über überraschend kommt rein abspasten oder ja weil meine drohne gekostet aber das ist gut noch einer ich habe irgendwas ich habe irgendwas was kann sein aber deshalb Ja, da ist er Ah, nicht vorbei geschossen Wo? Da war die Twitch, das war ja nicht der Ich glaube, dass der hinten ist Ja, da schaue ich gerade Ja Brrr Brrr Lucky Ich würde das nicht als Lucky bezeichnen Eigentlich Lucky, dass ich überlebt habe, wie lange ich gebraucht habe, zu reagieren Boah, das mit dem Tony funktioniert so geil Ich habe nur gedacht, dass die irgendwo in der Box ist, die Paner, und nicht, dass die plötzlich vor mir steht Zum Glück war die komplett dusselig Ich hoffe mal, dass der Server kriegen kann ich von gegenüber ganz gut Server oder Karte? Twitch habe ich nicht mehr erwischt, die war so schnell plötzlich da Hört sich nach Karte an Ja, ich habe es auch gehört, ich fahre nur gar auf Bootsfahrer Karte Dann gehe ich wieder auf Hey, ich sage gescheack... Hm? Was hat der Donny für einen Charakter? Ja, viele Wände gibt es nicht, die wir aufreißen können, sage ich jetzt einfach mal, oder? Neben Anrahmen könnt ihr ja was aufmachen. Die Dropper von oben, würde ich vorschlagen. Ich wollte es ja nicht verstärkt, ja. Ja, dann alle oben rein, aufmachen und dann den Rest holen. Das habe ich auch gesagt. Jo, war richtig Trouble da. Da geht ab. Ich habe doch da einen die ganze Zeit getroffen, oder? Ja. Der kann nicht mehr viel haben. Kaviera ist oben. Bei mir oder bei euch? Bei mir. Hier oben. Kaviera ist in Gang raus. Ja, Kaviera ist definitiv drüben bei den Servern. Rook ist auch oben jetzt. Okay. Mit der Schrotze. Rook hat eine Schrotze. Bei der Hedge, oder? Bei der Hedge, für die Küche ist Rook. Also im Serverraum. Und Kaviera ist drüben im anderen Raum, meiner Meinung nach. Mit der Schrotze. Ja. Mit der Schrotze. Und auch mit der Schrotze. Und auch mit der Schrotze. Oh, wird das schrotzen. Nein! Es ist glaube ich keiner im Raum. Da kommt einer. Cavera ist am Rookies oben. Rookies Connector durch. Und Cavera ist links. Ich bin fast tot, das ist mein Problem. Okay. Cavera hat mich so böse gehittet. LOL! Das meine Damen und Herren war Cavera, Rookies Connector. Aber wie gesagt, theoretisch gesehen, ein Dock müsste eigentlich drinnen sein noch. Nein! Finally Mission successful. Alter, wie bitter muss das sein. Was doch bei der Sichtweise. Wie bitter muss das sein. Insgesamt gesehen, nur der Kill. Hast du gesehen, wie ich Cavera da geholt hab? Ja. 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 Heute läuft's wieder. Ja, bei mir geht's heute auch halbwegs wieder. Ja. Ja. Na ahnung, gestern. Feiertage sind jetzt halb vorbei. Ja klar. Da haben wir zufolge gegessen. Na, gestern war's einfach. Das ganze Computer geschrauben und so weiter. Das hat mich irgendwie fertig gemacht. Ja. Ah, das steht drauf an. Ah, das steht drauf an. Juh. Hm, neger Recruit. Mit C4. Mhm. Der ist auch böse. Ah, der Beste eigentlich würde ich noch behaupten. Der fällt weg durch. Chris, ich glaub die hatten keinen Fätscher mit. Okay. Reiner bitte den Dropper. Bin ich dabei. Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass wir die Runde gerade eben noch heißen. Ich auch nicht. Ja. Ja. Alter, ich hätte... Wir kommen vor Süden. Einer will über die Hedge. Sledge. Hedge? Du hast der schon oben drinnen? Ne, der hängt am Fenster. Der schlägt dort alle ein. Und zielt. Momentan im ganz linken. Jetzt geht der rein in den Nebendaum. Los. Sie haben einen Fuse. Link C4. Er placed in den Gang, Chris weg. Weg, weg, weg. Scheiße, er hat mich erwischt. Ach, das war dumm. Fuse hat hälfte Leben. Werden mich der erwischt, Hibana. Hibana und Fuse sind oben. Ach, scheiße. Ich hab's nicht gesehen, dass die da oben aufgemacht hat. Hedge geht auf. Zweite Fuse-Ladung. Krise sichert die Dreifachwand mit einem Milchammer. Das waren drei Fuse-Ladungen. Einer kann dich sehen, wenn du da jetzt nach rechts rausgehst. Vorsicht, über dir die Decke ist offen. Einer kommt daneben. Da oben. Durchs Bein. Woa. Er hat mich der da markiert. Er war markiert. Er war markiert. Ja, er war hinter mir markiert. Ja. Er hat ein Flex-Messern. Ja, ihr könnt auch was sagen. Er sitzt zu viel. Ja, das war definitiv jetzt unsere Schuld. Klar. Ich hab gesagt, der ist markiert und der ist im Nebenraum. Hab ich gesagt. Ja. Ja. Krise bei Geisel, Vorsicht. Ja, ja. Ich hab vorher auch aufgepasst. Außer, dass mich der random gekillt hat. Oh. Ich bin so dumm an dem Fuse gestorben. Ich weiß nicht, wie mich der da wischt hat. Ich hoffe mal aufs Server. Wir müssen die Haftage lösen. Bootsvorräter. Scheiße. Nein, da rüber, da rüber, da rüber. Ah, da ist die Küstenwache. Genau. 10 Sekunden bevor Unterangerschaft. 10 Sekunden bevor Kurven 5 Sekunden. Ähhhhhhhhhhhhhhhhh.... Donnie Fangen wir zwei an hinten dort diese Metalltreppen rein zu gehen. Und arbeiten uns da vorne durch. Meinst du mich jetzt, oder was? Ja. Okay. Wo hat der Grischen einen von ihm? Der Grischen wird fusing wollen. Ich bin dir keine große Hilfe. Okay, hier ist Zauber. Ich könnte mir die Wand aufmachen, aber ich könnte noch nicht. Wo ist einer? D.K. Da ist einer. Death, hold on, hold on, hold on. Ich habe einen Downstat. Ich weiß jetzt nicht, ob der Ganf da ist. Haps. Loll. Was war das denn? Gib dir das mal. Das war First Place. Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Also jetzt reicht es langsam. Auf den Kilo hast du kein Anrecht. Oder wie? Wieso? Ich habe dir die ganze Zeit dort angehittet und gefused. Hä? Warst du nicht der Steff? Hä? Ich kann die zwei Rüsten nicht voneinander halten. Ich kann die zwei Rüsten nicht voneinander halten. Hä? Ich bin überfordert. Schöne Runde gefällt mir. Ja. Moment, ja. Hört sich darauf da auf dem Screen an. Nee. Mal, ich kann die ein... Ich bin überfühlen, ich bin überfühlen.